Hallo! Ja, das Internet ist grenzenlos. Da findet man natürlich auch alles in unterschiedlichen Sprachen vor. Und es gibt im Internet aber auch gute Möglichkeiten, Sachen zu übersetzen. Sicherlich gut bekannt ist der DeepL-Übersetzer. Da kopiert man den Text rein und es wird einem automatisch übersetzt. Das Schöne an dem DeepL-Übersetzer ist auch, dass er auch Dateien, also PDFs, Words, PowerPoints übersetzen kann. Dass ich das also gar nicht aus dem Dokument rauskopieren muss, sondern einfach das Dokument hier reinladen kann. Ab einer gewissen Übersetzungsmenge wird DeepL kostenpflichtig. Ja, die Preise sind derzeit 5,99 pro Monat, 19,99 pro Monat. Ja, das kann schnell dann teuer werden. Interessant ist auch, der Google Chrome, der leider nicht in den Paketquellen von Linux, Mint drin ist, der hat ja den Google-Übersetzer automatisch dabei. Den Google Chrome muss man sich dann halt herunterladen, das Debian-Paket herunterladen, einfach von der Chrome-Seite und installieren. Und dann hat man eben den Google Chrome. Und wenn ich jetzt eine englische Seite zum Beispiel ansteuere, kriege ich hier oben eben die Option, dass ich die auf Deutsch haben möchte. und dann kann ich mir eben diesen Text dann komplett auf Deutsch durchlesen. Natürlich mit all den bekannten Einschränkungen, die diese Übersetzungsmaschinen noch haben, dass es halt nicht perfekt ist. Ein menschlicher Übersetzer wäre da sicherlich besser. Eine weitere Möglichkeit ist, dass ich den Google-Übersetzer direkt ansteuere. Da klicke ich dann hier einfach auf Translate und bekomme dann die Seite... Ah ja, jetzt war ich zu oft drauf. Jetzt wollen sie, dass ich es abonniere. Bekomme ich die Seite auch eben übersetzt. Sehen ihr ja hier, jetzt habe ich sie im Firefox auf Deutsch. Darüber hinaus gibt es noch kleine Add-ons. Das hier zum Beispiel... Ich markiere einen Text und im Rechtsklick-Menü bekomme ich dann eben die Übersetzungsoption oder dieses hier. Da kann ich dann diese Funktionalität, die der Chrome-Browser hat, eben in den Firefox auch integrieren. Und ich kann sogar auswählen, ob ich jetzt mit Google oder mit Yandex übersetzen möchte. Apropos Yandex. Den Yandex ein Bild hochlade, wie dieses hier, in dem Text drin ist. Dann erkennt Yandex, dass hier Text drin ist und bietet mir hier eben diese Möglichkeit, diesen Text zu übersetzen. Dann komme ich eben jetzt zu dem Yandex-Übersetzer und wir stellen fest, er hat hier die Sprache auch gleich erkannt. Und hier kann ich eben jetzt sagen, in welcher Sprache ich es bekommen möchte. Ja. Das war es schon wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.